hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge von dirtybomb in der ersten folge habe ich das tutorial noch gespielt und jetzt geht auch direkt weiter wir schauen mal wir spielen jetzt wahrscheinlich erst mal einen casual match was muss ich denn hier tun spielen wir einfach mal eine runde objective objective ist scheinbar irgendwas gegen die eine match los geht's so oder sind wir deine match hier sind meine mercs die ich habe die kann ich aber glaube ich eh nicht ändern mehr hier habe ich hier nämlich zwei freigestellt aber wir spielen jetzt erst mal mit skyhammer allroundproxy und schauen mal wo das uns hinführt ich bin schon mal attacker so viel schon mal festgestellt fangen wir jetzt mal die meisten jetzt sind wir handgranaten hier stellt mich jemand da auf Wow Ich hoffe, ich habe noch einen Tag zu sehen, wie ich sie verletzt. Oh, ich habe noch einen Schluck zu sehen. Das ist aber nicht mehr so, wie ich sie verletzt. Ist das nicht jemand aufstellen? Nein. Okay, versuchen es noch mal. Ah, so kommt der Airstrike. Aber... Das bringt ja hier nichts. Nein, nachladen kann, geht nicht. Ach, okay. Ach, okay. Ach, okay. Ach, okay. Ah, da war der Bolzern. Ah, wir haben gewonnen. Okay, ich verstehe. Bin ich mal gespannt, ob wir jetzt die Map wechselt oder ob sogar nur Angriff und Verteidigung wechseln. Oh, jetzt bin ich Defender. Kann ich McBoaten? Okay, Party starte hier. Und weil ich schon gelockt habe, kann ich jetzt auch nicht mehr meine Mugs werden. Jetzt haben wir eine neue Map. Los geht's. Fuck. Don't let them destroy the track switch. Stop them from blowing over the blocker carriage. And don't let them get the data cores to the chopper. Defend the objective. Oh, die sind sehr schnell gekommen. Kann ich ja keiner wissen. Ich bin. Ich bin. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich habe die Bullets für euch. Er hat hier schon viele Schritte Er hat hier eine Bühne Ich habe hier einen Feuer Ich habe die Bühne für dich Ordnungs auf den Weg Ich habe die Bühne für dich Ah, toll, verkeh ich nicht. Der hier steht noch rum. Nein, da kann er noch rein. Der hier steht noch nicht. Ah, das ist ja gut. Gut, das ist ja gut. Nahtar. Oh, da war ich auch im Blutsch-Estrade drin. Ich habe auch noch meinen geschnitten. Das sieht nicht so aus, dass das irgendwas bringt. Die Planteid Seafall! Boi! Farming! All right Objektiv destroyed, bloody rubbish Ah, ich muss gleich mal hier den Sky mal weg wahrscheinlich Defeuze die C4! Defeuze die C4! Die C4! Defeuze die C4! Defeuze die C4! Dore, ich kann go hungry! Fieed it! Fieed it! Fieed it! Was ist denn noch ein Tiff? Warum gibt es hier kein Land und Brennen? Jo, was war das denn? Ah, da ist noch einer! Die C4! Defeuze die C4! Zuw tah! Haut! Ich bin da! Dann schauzt das! Das war das wech! Die C4! Yo, keine Chance. das ist Ja, ich hab mich daran gedacht, wenn es am Scheißer-Strike wieder erwischt, das gibt's ja gar nicht Irgendwann Proxy, keine Ahnung was Proxy kann, aber Proximity Mine, okay, eine Rosmin kann die Degen, das ist ja schon mal praktisch Ah, okay, ich komm also vom Arsch der Welt Uiuiui, im Gelegen verkehrt mega schnell Okay. Sie haben den Objektiv. Sie haben den Objektiv. Sie haben den Objektiv. Sie haben den Objektiv. Eieiei, ist ja hier so schnell. Na toll. 2 weggeholt und dann von irgendeiner Granate von irgendwo weggeschossen Oh Gott, der ist nachher eine dumme Granate Oh, komm, am spawnen und ich bin nicht mehr tot und noch gemessen Was war das denn jetzt? Ah, eine Mine Da hab ich auch schon mal eine hingelegt Hm, blöd Ein von zwei Datacars haben wir Alter Ich hab's jetzt sogar schon ab Keine Chance gehabt 12, 18 Schade Naja, bin ich noch am üben Aber viel Score hab ich auf jeden Fall bekommen Für was auch immer Mal sehen, jetzt kommt wahrscheinlich erstmal wieder die Abstimmung Ich schau jetzt erstmal, ob ich mir den Merc wechseln kann Ich kann hier auf die Dame wechseln Und die musste ich alle kaufen Und die musste ich alle kaufen Und die musste ich alle kaufen Ich hatte dich alle da Dann werden wir den Hilfe eingen Okay. Report the Eevee to the objective. Repairing objective! I got bullets for you. I'm reloading! Eieieiei. Eieieiei. I'm reloading. I'm reloading. Yeah, it looks like. So, it's like a... As I saw Brink earlier... ...and his vehicle ran by my heart. I can also mount it. Oh, nice. I'm reloading. 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 Now Eevee, we're halfway to the objective. Eevee disabled. Repair it at once. Ooh. Thanks a lot. Thanks a lot. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Okay, aber die scheint auch hier die Proxy kann, ähm, die Foto besser aufstellen. Äh, die die Objectives besser. Apparieren. You are too kind. You are too kind. I'm gonna pass the objective. 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 Komm her, ich bin doch mal jemand. Okay, ich kann irgendwie Metyrion, Metyrion bei der starten, keine Ahnung, was das bedeutet. We have the objective. Grenades for everyone! We have the objective. We have the objective. Was ist das hier? We have the objective. 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 So, mit Metyrion, wenn ich mir die Luft spreng. Okay. We have the objective. 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 Okay, ich hab die... Wir haben das Objektiv. Okay, ich nehme jetzt jetzt meine Skyhammer. Ich muss mal ein bisschen hier mit dem Airstrike angreifen. Ei, ei, ei. Wir haben das Objektiv. Wir haben das Objektiv. Wir haben das Objektiv. Wir haben das Objektiv. Das nennt von ihm. Ah, jetzt werden wir die Bucke aufstellen und dann rüberkommen. Wir haben die Objektive. Objektive delivered. Wir werden die Bucke aufstellen. ARD Text im Auftrag von Funk Haben wir jetzt gewonnen oder verloren? Das ist Bullshit! Ah, verloren. Auf jeden Fall war ich recht erfolgreich. Okay. Gut, ich werde jetzt nicht direkt in die nächste Runde springen. Gehen wir jetzt mal ins Menü zurück. Und jetzt schauen wir doch mal, was sich verändert hat. Hier oben 4 Notifications. Ich habe einen Case bekommen. Mal schauen, was da drin ist. Ah, da sind ganze Loadouts drin. Okay. Jetzt habe ich hier noch mehr Loadout Cards, aber... Ich kann die, glaube ich, noch nicht wählen. Solange ich die nicht freigeschaltet habe, die Charaktere. Mal... Den Kollegen kann ich noch nicht wählen. Das sind 50.000 Punkte. 13.000 habe ich jetzt schon. Naja, das geht ja. Wo sind jetzt die Gegenstände nicht freigeschaltet? Naja. Das suche ich mir mal raus. Und weiter geht es dann einfach in der nächsten Folge. Bis dann! Bis dann!